crypto trading ist normalerweise eine sache für profis weil im normalfall verlieren anfänger oder nicht profis eigentlich immer und dieses problem soll gelöst werden durch die plattform cryptic horn die schauen wir uns heute im detail an es geht letztendlich um künstliche intelligenz unterstützte vorhersagen des crypto marktes und verschiedene möglichkeiten wie man davon profitieren kann wir schauen uns an was die anzubieten haben wir schauen uns vor allen dingen auch den token von denen an der wirklich auch der utility token sein wird der ist gerade im pre-sale und wir gucken uns auch noch kurz die silly kampagne an und bevor wir all das machen wie immer gibt es hier eine disclaimer stoppt das video liest du das hier durch dann weißt du bescheid ist natürlich keine anlageberatung sondern ich zeige dir einfach ein paar sachen die ich selber ziemlich spannend finde also cryptic horn hier sind wir auf der homepage wir sehen hier die haben schon einiges an produkten anzubieten das gucken wir uns gleich vor allen dingen an weil das eigentlich so das interessanteste ist du siehst hier ebenfalls schon deren marketing kampagne und deren partnerschaften das sieht schon mal alles ziemlich nice aus also bangx amazon hier das sind sicherlich namen die wir schon mal gehört haben und die dafür versprechen dass die nicht klein denken bei diesem projekt gut gucken wir mal direkt rein in den token denke ich weil darum geht es ja am ende des tages also zumindest für uns als investoren vielleicht später für uns als trader mehr um die produkte aber im augenblick geht es um den token der token hat das ticker symbol aic ist auf der ethereum chain also erc 20 token hier habt ihr den contract der utility token also eben der token mit dem du alles auf dieser plattform machen kannst du wirst gleich auch sehen dass du jetzt sogar schon vorteile durch den token hast selbst wenn du ihn gerade nur kaufst und er noch nicht tradbar ist genau hier findest du im prinzip die ganzen utilities die der token eben hat das ist alles in deren whitepaper ich kann nur ganz wärmstens empfehlen die das whitepaper durchzulesen ist gut gemacht und es ist definitiv ja essentiell dich dazu informieren bevor du investierst wir finden hier auch informationen zum team finde ich auch super gut also wir haben hier vollen namen sogar akademischen titel und kann das komplett transparent hier dargestellt wer die leute sind und wir sehen die haben auch schon ein ganz gutes ja ganz gutes team zusammen gebastelt also viele qualitäten dabei die man braucht es gibt ein advisory board auch aus den verschiedensten aspekten legal also alles was im bereich recht ist ist super wichtig blockchain ist sowieso essentiell also das haben sie glaube ich alles sehr gut aufgebaut hier wenn man jetzt sagt man findet den token spannend und möchte hier in den presale einsteigen dann ist der hauptgrund um in den presale einzusteigen natürlich die tatsache dass es den im presale preiswerter gibt als zum launch niemand kann dir versprechen was nach dem launch passiert geht es hoch geht es runter das weiß keiner das einzige was sicher ist ist dass du im presale den token preiswerter bekommst als er zum direkten launchpreis sein wird alle weitere entwicklung sind reine spekulationen presales sind hochrisikoinvestments mit einem riesigen potenzial und großem risiko das musst du immer in betracht ziehen wir befinden uns jetzt gerade hier in runde 3 des presales der token preis ist 0,034 dollar die letzte runde da wird der preis bei 6 cent sein also 0,06 dollar das heißt wir haben jetzt hier etwas weniger als 50 prozent abseiten ist schon mal ziemlich cool und listing preis wird genau wird dann hier 7 cent sein also 105 prozent zum listing preis das ist schon mal ein gutes angebot und wenn der dann entsprechend sich entwickelt dann kann man da wirklich was mitnehmen was super spannend ist wenn du jetzt für 300 dollar oder natürlich mehr kaufst bekommst du schon jetzt während des icos und drei monate weiter zusätzlich danach zugang zu den ganzen produkten und die gucken wir uns gleich mal an kaufen geht just die serie matic dnb kannst einfach deine wallet hier verbinden habe ich hier gemacht hat sie man zum beispiel wie bnb ich drauf habe dann kannst du sagen okay du möchtest einkaufen für 0,1 bnb das sind etwas über 50 dollar und dafür bekommst du 1600 aic ganz einfach connect wallet und dann ist das ding gemacht das geht sehr schnell und ist nicht problematisch wenn du fragen dazu hast am besten einfach in deren socials gehen und da direkt nachfragen ich benutze für sowas immer die telegram gruppe das ist am einfachsten und da wir gehen mal ein bisschen weiter wir schauen mal in die produkte rein weil das interessiert uns ja eigentlich am meisten letztendlich wenn wir den token dann haben das ist mal das erste produkt das prediction dashboard das ist für diejenigen die selber traden wollen hier wird künstliche intelligenz angewendet um vorhersagen zu treffen du siehst es hier im prinzip schon diese blauen kurven sind vorhergesagte kursentwicklung und dementsprechend kannst du natürlich sagen okay ich bin jetzt hier zum beispiel ich sehe der kurs wird sich ja woraus sich hier oben hin entwickeln also guter einkaufszeitpunkt gehe ich long oder er geht runter gehe ich short auch in welchen timeframes und so weiter also das ist ein super spannendes tool sicherlich um vorhersagen zu treffen basiert auf künstlicher intelligenz schaut ihr auch hier gerne mal die weiteren details an wie das technisch machen da gehe ich jetzt in dem video nicht drauf ein ist aber aus meiner sicht soweit ich das beurteilen kann wirklich ausgefuchst gemacht dann wenn du es nur mal passiver haben möchtest der trading bot der basiert letztendlich auf dem gleichen algorithmus also künstliche intelligenz sagt eben kursentwicklung voraus nur wenn die hier die kursentwicklung nicht gesagt und du musst selber trainieren sondern du schickst halt einfach ein bot los der anhand dieser kursentwicklungen tradet das ist natürlich noch mal die passivere variante gibt es die kontrolle aus der hand das ist natürlich was für den totalen anfänger oder für den der es einfach super entspannt haben möchte das kann man sehr einfach machen ob der bot dann besser performt als du selber ja hängt natürlich von deinen fähigkeiten ab jetzt haben wir noch haben auch dex trading schaue ich das gerne auch noch mal an da könnt ihr noch mal weitere informationen über ein drittes produkt finden gehe ich jetzt auch nicht ganz detailliert darauf ein ich lasse euch noch ein bisschen was was sie selber recherchieren können was ich noch kurz machen möchte ist die sile kampagne die ist nämlich insofern spannend weil man da noch mal extra 500 dollar gewinnen kann das heißt hier durch sie mal durchklicken paar aufgaben machen telegram channel twitter und so weiter folgen sowieso eine gute idee um up to date zu bleiben und dann gibt es eben gleichzeitig noch das gewinnspiel dazu und dann zum abschluss vielleicht mal ganz kurz auf den twitter account geschaut um zu sehen wie ist der stand der dinge wie weit sind die hier und da sehen wir naja 5775 follower ist noch relativ jung das ganze wir haben wir vom 20 märz die angepinnte nachricht und dann sehen wir aber hier ist mal gut aktivität also zum beispiel das übliche good morning wie es im crypto space üblich ist ein gutes gm und ja hier sehen wir zum beispiel welche exchanges hier zusammengearbeitet werden für die produkte also hier finden sie auf jeden fall noch mal up to date informationen und ihr seht was hier gerade so los ist vor allem seht ihr das team ist aktiv also das ist immer das wichtigste für mich wenn ich in ein projekt reingehe wenn der twitter account tot ist heißt wenn die leute da einfach nichts machen dann ist es für mich eigentlich schon ein logo und das ist hier definitiv nicht der nicht der fall auch hübsche frauen promoten krypto kryptikon das ist auf jeden fall immer gut ja das sind mal so die infos die ich geben wollte checkt die seite gerne aus ich verlinke euch das ganze natürlich unter dem video und wenn ihr reingeht wünsche ich euch viel erfolg beim ico und dann auch viel spaß natürlich bei der nutzung der produkte bis zum nächsten mal ciao